Ja, dann setz uns doch mal hohe Ziele, fangen wir mal an. Also ich würde gerne, dass wir von heute weg in einem Jahr, ich setze mir das Ziel, dass wir von heute in einem Jahr in den USA ein Großprojekt umsetzen. Geil! Das wäre so ein richtiges Hammerprojekt, weißt du? Ja, ich glaube, wir sollen uns auch als Ziel setzen, wirklich die klugsten und besten Köpfe in unserem Team zu haben. Aber wie wollen wir das machen? Naja, es ist ja so bei uns, dass es so etwas wie eine Box nicht gibt. Es gibt keine Out of the Box, es gibt einfach keine Box. Okay. Und das heißt, wir machen Sachen, an die Leute noch gar nicht gedacht haben. Das ist Motivation genug. Stimmt, ja. So wie der Grundrissnavigator. Richtig. Da ist einer von unseren Mitarbeitern, unseren Jungs sozusagen, zu uns gekommen, hatte eigentlich über das Wochenende eine Idee. Und nach langer Zeit haben wir eigentlich, eigentlich nach zwei Jahren Entwicklung, haben wir das Ding jetzt umgesetzt. Und wenn das nicht gewesen wäre, wenn wir nicht diese jungen dynamischen Ideen haben, diese, wie du gerade vorhin gesagt hast, Out of the Box denken, nein, das ist zu wenig. Es gibt keine Box. Ich glaube, sonst wären diese verrückten Ideen, für die wir eigentlich regelmäßig umsetzen, noch gar nicht möglich. Ja.